Da hinten hast du jetzt die Crab-Truhe. Ja, weißt du, was da drin ist? Quarz-Blöcke? Ich mach die jetzt leer, Alter. Ja, was soll ich mit Quarz-Blöcken? Die ist leer gemacht, komplett wird das einsortiert. Die Monster-Farm hat schon ein bisschen, ähm... Was hast du denn da jetzt von dir drin? Äh, ich hab von meinem... bisschen mein Inventar leer gemacht. Oh Gott, ja, das ist... Der Fall ist mir der Wassereimer... Ja, das ist... Die Monster-Farm hat schon Besucher. Der Karton holt sich nicht aus. Rohstoffe, Holz... Markus, du sagst doch, du hast zu viel Cleanstone, oder? Äh, nein, den brauch ich aber. So, wo wir schlafen? Schade, da wollte ich noch... Ja, ja, ich weiß, aber das ist... Ich bin im Bett. Ja, komm. Warte. Warte, ne, bin ich nicht. Wie viel brauchst du denn, Herr Klöds? Oh, weiß ich nicht, kann ich da nicht abziehen. So viel, äh... So nicht wenig. Präzise, oder? Dezent, ja. Ach, ich kümmere mich selbst rum. Scheiße. Ach, ihr wolltet pennen. Ich klinge im Bett. Wolltet ihr pennen? Sorry, warte. Wolltet ich mir im Bett? Schuldigen direkt wiedergefunden. Ich weiß nicht, dass ich nach viel unter Tage... Tut mir leid. Fahre, die ganze Zeit über das Kabel vom Headset, äh. Scheiße. So, ich brauche wieder kleiner, aber lang. Ja, ich schaue so einiges WLAN-Kabel, mache ich eine Presse. Alex, das schaffst du nur. Ne, Kevin. Diese einzigartige Fähigkeit. Nicht geht im Detail. Nicht jeder kann so geil sein. Oh, ja. Nicht jeder kann so geil sein, wie ich. Komm, koppel, 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 koppel. Boah, Schweine, jetzt seid ihr dran. Sau, der. Nein. Wie viele Schweine sollte man rüberholen, gleichzeitig? Alter, Alex, wie viele Schweine sind das? Alter, Alex, Alter, ich tue mir zu mal, so viele kommen da raus. Du bist so gestört, Junge. Guck dir das mal an, Alter. Alter, Alex, was hast du getan? Ich habe einmal dazwischen gehalten. Alter, du bist so gestört. Das ist so durch, ich mache die Tür offen und einfach... Weißt du, wie man wieder in der Katzenbombe, weißt du? Tür auf, Tür zu. 50, 60 Schweine draußen, ja. Ne, 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 maximal... Doch, maximal 60. So sollten es irgendwann beide sein. Ne. Das waren vor... Warte. Vorher müssten es um die... 40... Doch, um die 40 und dann... Doch, 60 müssen es sein. Um die 60 müssen es eigentlich sein, ja, doch. Wenn ich so nachrechne. So, zwei habe ich schon mal drin. Da kommt der dritte. Der dritte Hampelmann. So, drei Schweine habe ich schon mal drin. Müssen wir die anderen einfangen, damit die nicht abhauen. Das ist eh nur Schadensbegrenzung hier. Bei den Massen. Mahlzeit. Wer war das wahr? Schweine. Boah, Niklas. Äh, Markus. Ich hole mir mal wieder 12 oder so in Schlepptau bei der Hälfte. Sag mal, welche Hure? Baut ihr eigentlich die ganzen Bäume ab? Du. Setz dir Toppels zum Rücken hin und franz dir nicht neu? Das ist eindeutig Niklas, der zu blöd dafür ist. Alter, hier, die ganze Zeit. Alter, die ganzen Zepplings. Boah, Niklas. Wie kann man denn zu blöd und Niklas... Wie kann man denn zu blöd und Niklas in einem Platz haben? Aber richtig, ja. Was willst du eigentlich von mir? Ich baue die ja noch ab, Mann. Ja. Du hast den Baum angezwungen, Peter. Ja, den wollte ich anzünden. Aber können wir das Haus nicht anzünden, oder was? Doch. Ah, okay, klappt's. Also, das muss man das nicht stellen. Jetzt kann ich's vielleicht mal auflösen. Das Problem war, ich wollte mir eigentlich wirklich nur einen doofen Witz erlauben und einen Baum bei euch anzünden. Ich wusste leider nicht, dass der so weit weiter die Flammen schlägt. Also, das war wirklich keine Absicht. Und dann brennt das bis oben, Niklas. Dann brennt das bis oben. Ich wusste nicht, dass dein Haus so nah an diesem Kackbaum ist. Niklas, du schuldest mir anderthalb Stettel Rohholz. Stecke? Try and Steck. Niklas, was macht das denn? Ist das denn wie behindert? Weil Kevin sich von mir anderthalb Stettel geholt hat. Ich hab die, ja, weil, ja, gut, stimmt, ja, ja. Ja, weil Niklas es angestündet hat, brauchst du von mir das Holz, ne, ja. Ding logisch. Also Niklas, du schuldest auch das Holz. Ich kann mich ja mal umgucken, ne? Ja, Alex, 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 vorstelle gerne in Angelodde Drohnen. Shoppingtour. Ach, ich geh mir so auf den Sack, diese Schweine, ne? So, Niklas, was hast du denn so für mich? Boah, da gehen, weißt du, es geht, das ist eine Schweinerei, aber was? Da gehen, man, jetzt kommt doch mal her, man, ich fass gleich aus hier, was macht ihr denn? Ich raste hier gleich aus, weißt du, diese KIs, einfach, das ist so minderwertig programmiert, das geht gar nicht klar. Weißt du, ich logge die an, es kommt immer zwei raus und es kommt keiner, jetzt sind alle draußen und keiner kommt mehr rein hier. Schluss, Alter. Ey, Niklas, du hast ein cooles, cooles Headslap, wo hast du da draußen her? Ja, ein sehr geiles Headslap, hab ich jetzt. Ja, wo hast du das dann her? Zauberleih. Nein, das hat der edle Spender Markus mir gegeben. Ja, das hat sein Abonnent gespendet, wenn ihr auch spätten wollt, bitte an Markus schicken. Der Donate-Button wird verlinkt. Markus wird halt weiter. Ja, YouTube will ja den Donate-Button einführen, weil die haben einen Twitter aufgekauft, damit ihr auf die Idee gekommen habt, ein bisschen zusammenzuklatschen. Du stirbst. Wollen sie auch einen Donate-Button. Ja, verständlich. Nee, eigentlich nur assi. Ja, das auch, aber... Wusstet ihr nicht donaten. Aber ihr dürft gerne donaten. Das ist kein Problem, ob 100 Euro, ob 200 Euro, ob 1 Euro, das passt schon. Wir nehmen alles an. Wir nehmen nur tausender Scheine. Markus ist natürlich direkt am übertreiben. Ja, Markus will immer gleich alles. Der will alles. So, Alex, wenn ich mir recht überlege, will ich eigentlich auch alles. Immer. Immer mobil sein. Immer mit jedem Netz. Immer, immer surfen. Wegen ist die Aufnahme schön ruhig und keiner hat den Staubsauger an oder so. Ach, ist schön ruhig. Boah, das war auch ne Asi-Aktion. Was denn? Was hat Headset-Absaugen? Ja. Ja, das ist echt so eh. Das ist schön. Man hat doch aus der Aufklärung, kurz vor der Aufnahme, man hat keinen mehr verstanden, weil Markus das Headset absaugen musste. Ja, das war ja dreckig. Ja. Ihr versteht das ja nicht, ne? Boah, hier ist das ja scheißegal, ihr legt da keinen Wert auf Sauberkeit, aber bei mir ist das was anderes. Wenigstens gehen wir duschen. Wollte ich auch gerade sagen, genau das wollte ich auch gerade sagen. Das ist gut. Das ist schon mal was. Oh, Mann. Hier ist schon mal die gute, in die richtige Richtung. Ehrlich so wie Markus, ne? Ach, ich dusche eigentlich auch. Der fährt in den Fahrstuhl nach unten zur Dusche, dann ansonsten. Wenigstens haben wir einen Fahrstuhl. Ne, einen Treppenlift. Also ganz ehrlich, einen Fahrstuhl brauche ich jetzt nicht. Ich dachte ja nicht. Ich dachte ja, die haben einen Treppenlift, aber was. Ja, natürlich. Ja. Das würde ich ja nicht in den Keller kommen. Also. Um dir dein Eis hochzuholen und die ganzen fertig gerichtet, ne? Na ja, auf jeden Fall, da ja so viel davon ist. Ja. Da ist gar keine fertig gerichtet. Du bist doch so voll der Klischee-Gamer, oder? Na ja, auf jeden Fall, da ist der Klischee. Laut RTL. Ja. Ja, ja. Natürlich. Deswegen, ne? Ja, also. RTL gefragt. Die haben gesagt, ja. Du möchtest ja auch nicht umsonst 130 Kilo. Bin ich? Ja, ja, du bist. Okay. Du möchtest ja auch nicht umsonst 130 Kilo, ne? 130, 150, Alter. Das war ja gestern. 130 waren gestern. Die Kacke aus. Ja. Guck mal, genau das meine ich von. Ich entferne mich für 50 Meter, sieh als die Kacke aus, renne zurück und reiße es wieder auf. Weißt du, wie scheiße das gemacht ist von den Programmierern? Die Schweine, die passen nicht durch eine Tür, obwohl das locker von der Breite her passt, aber die irgendwie sind doch größer, als es aussieht. Ach das, ja, das ist assi. Ach das, ja, das Problem kenne ich. Schau jetzt drauf, jetzt komm jetzt. Damit bin ich vertraut. Ja, das Problem kenne ich auch. Före mir jetzt die Schweine und den Rest schlachte ich ab. Sag mal, Nid, lass uns bitte gleich nochmal dein Feuerzeug leihen. Das hab ich kaputt gemacht. Also, ja, Moment, nee, es ist noch ganz. Was denn jetzt? Ja, es ist noch ganz. So Leute, jetzt kannst du mal kurz diesen großen Baum ja abpacken. Ich hab keinen Bock, den ganz abzuholzen. Liebe Peter, bitte mal kurz weggucken. Hältchen. Der, wo ich grad bin, ähm. Wie erklär ich das jetzt? Äh, hinter meiner Erntefahrt. Das wird jetzt böse. Das wird jetzt eingemetzt. Also, wir brauchen noch mal ein Feuerzeug. Bei Eisen. Eisen. Bei Eisen. Alter. Du kannst ja eine Trafflingbox bauen, kannst du auch ein Inventar bauen. Das ist alles kein Problem. Alter, Leute, Alter. So, los geht's. Alle Schweine werden jetzt gekillt. Machst du denn hier schlafen? Schlachthof. Genau, Markus wohnt jetzt im Schlachthof. Also, das ist viel zu einfach. Moment, kurzer Break. Also, du bist schon bei 24. Hab mich jetzt enttäuscht. Ich dachte, das sei kompliziert, dann. Ja, du weißt ja nicht mal, wie das geht, ne? Ja. 48. Ich hab keine Ahnung, wie das funktionieren. Das waren genau Alex 63 Schweine, die noch drin waren. Nein, wieso hast du das nachgezählt? Nein, ich sehe doch die toten Schweine schrinken hier. Äh, die jobben auch mal zwei oder drei, ne? Ja, würde ich auch kurz sagen, die jobben auch mehr. Na gut, dann halt nicht. Also, da auf diese Aussage würde ich mich jetzt nicht verlassen. Okay. Ey, leck mich doch, alter Marsch. Ey, leck mich mit dem Marsch. Oh, meh, leck mich mit dem Marsch. Niklas, kommst du noch mal? Ja, sofort. Du hast noch mittlerweile jetzt sofort gemacht. Ja, ja, sofort. Forte, 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 den noch reinziehen. Reiß du dich. Einmal diesen Scheißbaum hier. Reißziehen. Einfach mal reinhalten. Bist du schon mal aufnehmen, Kevin? Einfach mal reinhalten. Einfach mal reinhalten. Ich habe ein Antikonik geprägt. Das steht eh alles weg. Und, ähm, Niklas, wenn du schon dabei bist, den ja auch nochmal. So schlafen, Freunde. Gleich. Niklas muss noch hier Brandstiftung begehen. Genau, danke. Das war die Hühner vermehren. Diverse Holzstücke, du wolltest, ihr ja, du schlafen. Du brennst auch, Alex. Oh, das weißt du sicher. Erstmal lieber, was sonst regeneriere ich mich nicht. Also, jemand anfünden ist ja Asine. Habt ihr gar nichts. Das war nicht mein Weg. Oh, das sieht bestimmt schön aus mit den Shadern. Was hat die da wissen, ne? Was hat mir jetzt hier amitiert? Äh, die Bäume hier. Also, ich nimm sie mal Mammutbäume. Ben. Ja. Alex, willst du nicht abholzen? Ja, gut, warte. Ja, ich komm jetzt auch. Kannst du es versuchen? Kannst du ihn mit der Axt theoretisch töten? Äh, ich glaube, mit dem Feuer geht jetzt schön schneller. Ach, Mann. Ja, mit der Axt töten, das wäre theoretisch kein Problem. Das Problem ist nur, du wirst vorher tot. Weil, äh, Schärfe 4, ähm, ähm. So, ja, das ist doof. Ist dezent besser als so eine... Hallo. Eisenex. Ja, ich bin im Bett, Mann. Alex? Ja, ich auch, jetzt. Ich wusste noch kurz, ich bin ja gerade hinter meiner Erntefarm, da habe ich gerade keine sichere Stelle gehabt. Sorry. Bin jetzt, glaube ich, nicht so erstmal zurück wie Kevin. Aber, der Vorteil ist... Ich darf schon ewig im Bett. Aber, der Vorteil ist, ich habe schon wieder zwei Stacks Rohholz. Nein, Kevin, du triffst nix ab. Ich brauche doch ein Holz mehr, ich habe es heute wieder abgerissen. Das war doof aus. Ja, du hast schon so früh von mir bekommen, ne? Genau. Das brennt immer noch. Ja, Holz brennt ein bisschen nach. Pass auf, Gras brennt auch, ne? Nicht, dass es wieder ausbreitet. Ja, das ist so weit weg von irgendwas. So, noch Kühe. Niklas, das ist ein Weinfressenkühe. Die habe ich extra gepflanzt. Achso! Hallo, sag mal an, was fressen Kühe? Ich bin jetzt... Ja, äh, Weizen. Weizen nochmal, ja. Ach, scheiße. Niklas, kannst du dir nochmal kurz vorbeikommen bei diesen großen Bäumen, die alle bitte anzünden? Diese großen, ja? Ich habe kein Feuerzeug mehr. Die Dinger halten nicht lange. Das sind nicht die guten von Big. Du weißt, dass du nur einmal klicken musst und das Ding brennt ab. Das weißt du? Nein. Du musst nicht alles anzünden. Doch. Okay, du bist echt ein echter Feuerzeug. Ich bin Pyromane. Das ist auch bekannt. Komm, Mann. Du hast schon so viel eingenommen und nicht mal ein ordentliches Feuerzeug, ne? Ja. Mach ich nicht, bitte. Fuck, ey. So ein Lauch, der Junge. Alex, das hast du mit neuen Kühen gemacht. Mit den Kühen ist er noch gestörter. Das ist er noch gestörter. Also mit den Kühen habe ich heute noch nichts gemacht. Heute, also das letzte Mal. Also das letzte Mal. Nee, das letzte Mal auch nicht. Das weiß ich noch. Vielleicht höchstens das vorletzte Mal. Das kann sein. Aber heute und letztes Mal. Das ist ja noch mal. Today, ich bin nicht noch ganz dringend. Ich bin noch von drei. Alles in die Kühen.